So, und, äh, willkommen zurück zu, äh, Anne Wake Remastered. Äh, ich bin mir grad nicht sicher, ob, ähm, ja, also ich hoffe, ich kriege jetzt mit dem Cut jetzt ordentlich hin, weil ich muss beim letzten Mal die Aufnahme unterbrechen, weil, ähm, ja, äh, privat, private Dinge muss ich kurz, die, äh, äh, sind passiert, ne, hat passiert, also, wegen, aufgrund privater Umstände muss ich halt die Aufnahme ziemlich abrupt abbrechen und, ähm, hatte gehofft, dass der, na, oh mein Gott, jetzt hab ich, na egal, nicht so schlimm, äh, dass jetzt die, äh, ich hoffe, dass der, äh, der letzte Kontrollpunkt fair ist und die sind ja eigentlich recht, die Kontrollpunkte sind recht fair gesetzt hier, deswegen ist das heute in Ordnung. Warum hab ich gerade die Flair fallen lassen? Aus dem Anfang Grund, weil ich heute auch noch ein klein bisschen Resident Evil 4 gespielt habe und man hier mit dem rechten Bumper läuft, wenn man bei Anne Wake mit dem linken Bumper läuft. Außerdem gibt es bei Resident Evil, ich glaube, das ist die einzige Serie, äh, Spielserie, die ich kenne, vielleicht haben sie sich auch patentieren lassen, ähm, in denen man, in denen man diesen, äh, diesen Quick, äh, Quick Turn machen kann. Und wenn man dann nach hinten und dann nach B oder, naja, sagen wir mal, die Lauftaste drückt, dann dreht der Charakter sich sofort um und das vermisse ich halt hier bei Anne Wake, schon seit immer. Aber eigentlich vermisse ich es bei allen Spielen, die nicht Resident Evil sind. Weil, weil das so angenehm ist, wenn man sich halt so direkt drehen kann, ohne dass man jetzt, äh, Ja, ich bin auch sicher, dass es irgendwie klingt, dass hier das Drumkit hier, äh, hier üben die Leute, also die, die Gods, Old Guard of Escarat. Hm, okay. Was haben wir noch? Tomatenketchup auf dem Tisch. Und hier sind noch ein paar Vollwärtskörper für die, ähm, Ähm, äh, Konzerte. Hier haben wir noch das. Ansonsten alles sehr recht ausgestattet mit, äh, Symbolen aus der nordischen Mythologie. Die, wie gesagt, eine andere ist als die finnische Mythologie. Und das Spiel ist von Finnen gemacht. Deswegen, also ich finde, das ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Aber das habe ich jetzt schon eingangs sehr betont. Und ich glaube, ich habe da, bin da länger nicht mehr drauf eingegangen. Deswegen wiederholt ich jetzt nochmal. Old Gods, no the truth. Ja, das hatten wir auch schon mal. Hier kommen wir nicht rein. Mit dem typischen Max Payne, closed door Soundeffekt. Genau. Ah, das Krips hat schon hier. Upsi. Krass, wie ich da drüber gelaufen bin. Wir fehlten noch eine einzige Seite. Hm. die verlorene woche ich muss sagen also die geschichte von allen wake die hat mich in den letzten nächten buchstäblich vielleicht nicht unbedingt im traum aber doch in des nächtens ok kursik des rechtens der heim gesuchten ausgestrichen ja auf course we need to find where's coming from that's the message the anderson's talking about that's the whole reason we're here lady of the light that's gotta be what's your face the crazy lambley from the town cynthia weaver right must be ok wir müssen sind ja weaver finden wir bleiben die nacht über hier und gehen in die stadt sobald es hell wird es sind noch ein paar stunden bis morgen da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir dringend ach komm schon beryl das ist ich meine fackel ist das stimmt kann ich nicht aber ich kann es als schriftsteller was tun die bloß rein in das teuer es fühlt sich an als läuft mir das hirn zur nase raus ich versorge mir das rezept von den alten kreuz und werde schnapps rionär ich vermisse sie ich wünschte sie wäre hier bei mir ich weiß ich weiß alles gut wir sorgen schon was das Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Alice? Alice? Wo bist du? Alice? Alice, ich komme. Es geht alles. Ich komme. Ah. Es war ein crazy drunken dream. Und es war mehr als das. Es war die Wahrheit. Eine Suppressen-Memorie, die von Andersen's Moonshine veröffentlicht. Ich war da. Ein Aus-Body-Observer. Das war die Nacht, als Alice und ich gekommen sind. Die Nacht, als Alice verabschiedete. Ich hatte eine Chance, zu finden, was passiert. Ich erinnere mich, dass ich mich überrascht habe, dass die Nacht schmerzt. Alice hätte nie die Lichter aufgenommen. Ein Aus-Body. Das war die Zeit, ich glaube, hier fern wir. Alice? Alice? Hier. Hier werden wir keine Seiten finden. Oh, shit. Ich erinnere mich, dass ich eine Glimpse von ihr unter der Wasser schmerzt habe. Ich schluss in die Schmerz. Sie nach ihr war die letzte verrückte Erinnerung, die ich hatte von der Nacht. Nach dem, die nächste Sache, die ich erinnere mich, war, zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern, zu der Fahrrad-Bedachtelung. Und zu finden die ersten Pages des Manuskriptes. Ich konnte sie nicht finden in all dieser Schmerz. Ich muss mir gedacht, dass sie schmerzt. Alice! Jagger hatte Alice, und so hatte sie mich. Alice! Ich war einfach, Bray. Schau mal in der Schmerz. Es gibt jemanden in der Schmerz? Alice? Vielleicht hat sie nicht schmerzt. Vielleicht hat sie in der Schmerz. Alice! Ja? Die Schmerzen haben mich verletzt. Sie hat ihre Hände in meine Schmerz und benutzt mich. Sie hat mich ihre Puppet gemacht. Nein, nein, nein! Nein, nein! Ich kann meine Schmerzen, die ist da. Sie ist hier bei einem Ort. Vielleicht im Stuttgart. Alice! Ja, das ist da. Du kann zu haben, was sie lagern. Alles? Du wirst sie immer wieder Cyber-Bedachtigte. Alice? Sie ist hier nicht. Sie ist hier nicht. Du bist reißig, wenn sie sehen zu glauben. Nein, sie ist tot. Sie hat mich geöffnet. Nein, nein, nein! Sie können sie zurück schreiben. Die Geschichte wird wiederkommen, und alles wird wieder gut. Sie hat Alice, und die Manuskripte war die Ransom für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde Alice retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben, und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James-Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. Ja. Und jetzt sie in der Lange des ZDF für Sie, vier Erdorf, freunde Panik. Und er hat sich über die Erdbeise, über die Leben sicht in die Tat. Und er hat sich über die Gläufe. Und er hat sich über die Gärchen. Und er hat sich über die Gefängnis. Und er hat sich über die Waffe in die Gläufe. Vorher, die Stasi, hatte ich noch nie zu lassen. Und in der W Love sette für Sie, die Schmerz, in der Waffe wachsen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir erwarten eine rekordverdächtige Besuchershow aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Echfest aufgesteckt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft und steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay. Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Das Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Ah. Im Licht aufzubewahren. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think... I think my tongue just took a crap in my mouth. Oh, wait, we're in jail now? Oh, Al... Al, this is not good. That about sums it up. No, let's go to Sunbury. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weeper. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... I had some reading to do first, Sheriff. And let me tell you. It was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Brett Easton Ellis? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, was is los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick. Ein offensichtlicher Trick. Okay, ich hab genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Le... Moment mal. Das kenne ich. Ah! Oh, mein Gott! Licht. Wir brauchen Licht. Es ist die einzige, die Situation zu kämpfen. Ich mag das Ding. In meinem Büro. Ich habe deine Dinge da drin. Folle mich. Oh, Mann! Wir sitzen mit der Licht. Bleib cool. Ich kann die Erdbeeren. Okay. Oh, gut. Okay, ein Leuchtfackel. Ah, das ist echt so eine komische... Sache, also... Ich würde lieber am Spiel natürlich jetzt hier der, äh... Der... äh, sind hier da schon. Der... Wie heißt es mit Vornamen? Na, der Breaker auf jeden Fall. Sheriff Breaker folgen. Ohne jetzt hier noch hier so rum zu hampeln. Und hier mal zu gucken, damals... Nein! Ich... Das kann noch nicht wahr sein. Ach, fuck. Ich hätte nicht Resident Evil voll spielen sollen. Naja. Sarah, alles klar. Hier sind deine Dinge. Warte, was muss ich wissen? Was musst du von mir? Sie können nur in der Licht geholfen werden. Nur in der Licht. Und ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir helfen, das zu stoppen. Licht. Check. Cynthia. Sie lebt in der alten decommissionen Powerplan. Ich kann dich da ziemlich schnell in der Rescue-Chopper. Komm, wir kommen zurück zu deinem Freund. Wow, das wäre toll. Danke. CW, Cynthia Weaver. Das ist auch die Initialen von... äh, die man auf den Liebes... äh... Ich muss sie telefonen und sagen, sie haben eine Messung von mir. Night Springs. Okay? Sie wissen, was zu tun. Night Springs? Wie die TV-Kennung? Gotcha. Oh, hey, der Radio-Güse ist auf der Liste. Main. Wer ist Frank Breaker? Er ist mit dir? Mein Vater. Hey! Ist das eine secretische Gesellschaft? Kannst du das tun? Du bist hier sicher. Die Back-up-Power ist auf. Diese Leute müssen sich alerten, in der Fall wir nicht zurückkommen. Uh, du zurückkommen, doch? Right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay. Let's go, Wake. Through the back. My Hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one out? Pff. Okay, dann fliegen wir mal dahin. Aber bevor fliegen muss... Ja, wo wo das Rooftop jetzt ist, wir haben aber im letzten Mal schon gesehen, als wir auf dem Parkplatz waren. Äh... Warte mal, wie kommen wir denn hier rüber? Das war... Achso, okay. Hier kommen wir anscheinend durch. So, hier. Au. Also, ehrlich. Wer, bitte, fällt denn nicht hier auf diese Stelle rein? Ich musste, um den Rooftop zu erreichen, um zur anderen Seite des Bremsen-Gates. Ich will natürlich das Ding hier benutzen. Das wollte ich beim letzten Mal ja schon benutzen, aber das ging da irgendwie nicht. Das habe ich ja schon gesehen. Also, ich werde hier definitiv, äh, das Spiel nochmal Revue-Fanisch passieren lassen. Wenn ich denn... Wenn wir denn fertig damit sind. Da gibt es echt noch einige Dinge, wo ich, äh, so ein bisschen drüber nachdenken wollte. Weil so ein paar Sachen... Also, es passiert ja doch einiges. Alter, das darf nicht wahr sein. Ich muss die Tasten umbelegen. Das kann nicht sein, dass ich ja immer... ähm... den rechten Bumper drücke. Sollten wir noch Dinger? Okay. Jetzt kann ich's mal einsetzen. Das kann ich so scheinen. Vielleicht kann ich nur einfach laufen. Hey, Sheriff. Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an Elektrizier? Hold on. Hey, wait. The gate, remember? You have to open it for me. Ja. I couldn't leave without the Sheriff. She was my ticket to Weaver. So. Trotzdem möchte ich gucken... haben wir ja noch irgendwo... guckt hier, also... sonst ja voll mal ein paar Dinge noch, äh... hier ein bisschen rumzusuchen. und so. So, jetzt aufpassen. Nicht wieder mit... mit R hinten umdrehen. Was war das denn für ein Geräusch? Ich meine... egal. What the fuck? Ach, da oben ist auch noch was. So, einigartig. Good job, Wei. Good job, boy. The keys to the chopper are there. Okay, let's go. Ich hätte gerne wieder meine Hochleistung. Die ist zurück. Komm, hoch rein! Sera! Jawoll! So, nice teamwork. So, nice teamwork. So. 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 So.